Und weiter geht's! Zweiter Aufnahme, zweiter Aufnahmetag hier bei uns in Adventurien, ja, wir sind jetzt hier in der sogenannten Gilde gelandet, in der Schenke und wir warten jetzt auf unseren großen Schweinebraten, der gerade über den Ross gedreht wird, okay, ach nee, es war Rind gewesen, Rind vom feinsten, Rind, das rate ich dir, mein Kind. So, weiter geht's, wir testen mal hin, was, wenn dann Kekse, heiße Schokolade mit Sahne, Kusik, hohohohoho, hohohoho, junge, junge Schneckle, was Schneckle da vorschlägt, wenn ich bei Schneckle wäre, würde ich nachher ein ganz großes BBW-Girl sein, ja, mit riesengroßen Dingsebumse, bei Schneckle würde ich wieder zum ganz großen Dingsebumse werden, ja, wenn ich bei Schneckle wohnen würde, dann wäre ich ein ganz dickes Dingsebumse, mit ganz viel Bumse und Dingse und hinten auch ganz große Kiste hinten dran. Und hier, Jami auch, sagt lecker, Jami sagt lecker, siehst du, schon zwei, bei dem Bein würde ich wahrscheinlich eine dicke Dingsebumse, mit riesen Bumse und hinten Dingse, große Kiste, bei dem Bein, ja, da würde ich ganz dick werden, mit riesen, riesen Briste wahrscheinlich. So, jetzt weiter geht's, erst mal Hallöchen wieder, ich erzähle, es gibt eigentlich viel zu erzählen, ich erzähle aber jetzt nicht so viel, wir wollen erst mal reingehen und gucken, was da los ist. Thema, worum es jetzt geht, heißt, jetzt geht's, glaube ich, ums Sterben. Ja, es geht jetzt ums Sterben, ja, und, ähm, ich bin ein ganz dickes Dingsebumse, ich bin ein ganz dickes Dingsebumse, genau, das würden wir dann nämlich alle werden. Äh, Schoko, vor allen Dingen, warte mal, Keks in heiße Schokolade mit Sahne, boah, alter Schwede. Schneckle wieder, Junge, 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 da, da wäre, da würde ich zum dicken Dingsebumse werden. Ja, auf jeden Fall. Soll ich mal mal gucken, gibt's dieses Spiel überhaupt? Also dieses Spiel gibt's gar nicht. Äh. Und nun? Äh, To? Es gibt dieses Spiel nicht. Ist das Spiel vielleicht verboten? Nee, oder? Ist ja nichts, ist ja kein Pornospiel oder so. Es gibt dieses Spiel nicht, Leute. Da, 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 da. Ja, nun? Es gibt dieses Spiel gar nicht. Ja, nun? Ja, nun? Ha. Was machen wir denn, nun? Das gibt dieses... Ey, das finde ich voll scheiße, dass man da nicht seinen eigenen Spieltitel eingeben kann. Das ist auch so ein Manko, was man als Twitch beheben müsste. Weil was ist, wenn der scheiß verblödete Spieltitel nicht in eurer verblödeten Liste drin ist? Dann gibt's dieses beschissene Spiel nicht, oder was? Und dann kann ich's auch nicht auswählen. Was ist das für ein Scheiß, Mann? Scheiß. Es gibt dieses Spiel nicht. Ja, nun? Seid mir nur ein Anerose kratzen, oder was? Äh, warte mal, ich mach, ich schreib das mal zusammen, aber eigentlich ist total unlogisch. Ja, dachte ich mir. Gibt es nicht. Neues ja ein Ding. Ein Horror-Game. Äh, lad dir Osul runter und ist umsonst und macht auch Spaß. Da geht es um Multi... Äh, 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 Yami, der flüstert mir dieses Spiel mal an. Du musst mir dieses Flüst mal... Oder wenn Nathalu, könntest du mir mal dieses komische Osul da mal suchen oder so, mir den Link schicken oder so, was Yami da meint? Weil, äh, das merk ich mir jetzt ja nicht. Das verschwindet ja aus dem Chat wieder. Du müsstest mir das also mal irgendwie... Oder Nathalu oder so. Oder Venus oder Trailer, dass die mir das mal anschicken, anschicken. Wir haben jetzt mal ein Problem, Leute. Der findet dieses Spiel nicht. Nicht, dass mich das stören würde, aber... Übrigens, man kann bei Twitch auch eine Gruppe gründen, ja? So eine Community-Gruppe. Die findet man dann unter Community. Wir haben mal eine Idee, oder? Ich hätte ein paar so Ideen. Da müsst aber alle großen Livestreamer mitmachen. Also die wir alle so kennen. Also alle unsere Livestreamer, die müssten dann so mitmachen. Da könnte man so eine Community-Gruppe in Twitch aufmachen. So, äh... Ja, wie, ne? Was machen wir denn jetzt, finde ich? Ist doch scheiße. Ja, dann bleiben wir bei Talkshow. Dann müssen wir bei Talkshow bleiben. Kannst du leider nicht ernannen. Dieses Spiel, was ich jetzt spiele, gibt es nicht. War ja wieder mal klar. Das heißt, wir spielen jetzt wieder Spiele, die es gar nicht gibt. Hose kenne ich aber auch, glaube nicht, dass es was für cozy ist. Okay, Yami hat mich jetzt erstmal angeflüstert, okay? Alles klar. Okay, wir starten einfach mal so. Wir starten mal rein. Schnapp, schnapp. Lasst uns, hier geht es ums Sterben, ja? Ich starte schon mal hier. Ist wahrscheinlich zu kompliziert, dieses Spiel. Deswegen taucht es wahrscheinlich nicht auf. Äh... So, wie ihr schon lesen könnt, Sing to Die oder auch Tink to Die, ja? Tink to Die heißt das Spiel. Der Sound laut genug, ja, oder? So, hier geht es auf jeden Fall um Sterben. 144 Level warten auf uns. Extras, was ist Extras? Minigame. Jump Level, nein, nix Jump Level. Da machen wir einen schönen Zeichentrickformat. New Game. Los geht's. Da muss ich so... Aaaaaaahhh! Will ich noch ein Level weiter? Will ich noch ein Level weiter? Ja! Oh, scheiße! Ah, das ist wahrscheinlich eher für Result Oh, jetzt ist das noch kompliziert Hört ihr das mal? Könnt ihr das mal hören? Oh Also es geht darum, man muss eine Möglichkeit finden zu sterben Ja Ja Oh, das hat nicht... Ah, ich verstehe schon Ich habe einen Stein auf den Kopf bekommen Okay Wird bestimmt noch kompliziert Daher kriegt man sich gar nicht mehr getötet oder so flowers Das ist ja nicht mehr Geld Er wird ja nicht mehr Geld Nein, das ist doch so einfach Soll ich noch rüberkommen? Warte mal, ich geh mal kurz, ähm, äh, Audio. Audio. Das ist schon voll der Lautstärke. Na, lass mal so. Ach nee, warte mal, ich kann noch da lauter machen. Warte mal, ich kann hier noch ein Tick lauter, glaub ich, machen? Machen wir mal ein Tick lauter, oder? Machen wir mal auf... Machen wir mal auf... Gucken, wie weit's ausschlägt, die Leute, der Geigerzähler hier. Machen wir mal... Die Musik vielleicht ein bisschen leiser, aber die Musik ein bisschen leiser, ähm... So, oder? Könnt ihr die Musik noch hören? Ja, oder? Hä? Oh. Ah, ich kann... Ach so, ja dann... Ach so... Ach so... Spreng! Spreng doch mal! Ah! Ah! Ah, ich hab's! Achtung! Ich werde mich jetzt um die Ecke bringen! Bitte konzentrieren Sie sich jetzt! Ah! Okay... Ah! Oh! Aha! Ähm... Ah, okay... Oh, oh... Ah, okay... Oh, oh... Ah, okay... Ah! Okay, wir kommen jetzt doch! Ah! 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 Ist verkackt oder? Er ist wahrscheinlich ein Neuanfang. Wie soll ich denn da hochkommen? Ja ist ja schön so. So ist ganz wild. Wie soll ich denn da hochkommen? Ich kann aber gar nicht... Ha! Ich kann aber gar nicht hoch. So ok. Ja ich komm noch aber gar nicht hoch. Dann komm ich da wieder rein. Es wird schon schwieriger mit dem sterben. Ich höre Vögel. Na ist ja scheiße jetzt. Komm ich will trotzdem was ausprobieren. Warte mal. Jetzt ist auch ein Problem Leute. Das wird schon langsam schwierig. Nochmal. So und nun. Hat jemand eine Idee? Na ja. Da komm ich da rüber. Aber das hilft mir auch nicht großartig. Kann ich das Ding irgendwie anfassen? Oh nein. 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 Dann da unten wieder aufeinander. Dann den Unteren wegschieben. Den Unteren wegschieben? Warte mal, was auf den Kopf fallen. Die Musik. Warte mal, muss ich auf den Kopf schieben, warte mal. Wie noch dazwischen, ne? Scheiße. Ja, so, jetzt. Ah, na! Ja, ja, so, jetzt. Oh. Warte mal. Ah, ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich hab's, ich hab's. Son! Schauen wir mal, was da passiert. Ne, das ist nicht helfen. Oh, Olli sagt nicht helfen. Das ist unfair. Man, ich habe noch Pool im Kopf, Alter. Wollen wir das wegschieben? Nein. Ich kann den ja sowieso nur noch. Ich schieb den mal jetzt da rüber. Spreng doch mal. Mach doch mal den Smyter jetzt. Sie hat drum gebeten, sonst hängt sie da vielleicht. Genau. Ich habe die Lösung nicht gesehen. Aber jetzt, jetzt habe ich es verinnerlicht. Mach doch mal jetzt. Mach es nicht fertig. Und dann komme ich da oben drauf. Die Musik vor allem. Okay, das geht nicht. Ich muss da den Stein verringern. Und. Oh, nee, warte mal. Ja, Maske. Ah, ja, ja. Komm ich doch um den Haufen. Warte mal, von hier vielleicht? Nochmal. Sterben. Was ist das Ziel? Was ist das Ziel? Warte mal, ich versuche. Ja, jetzt. So, jetzt hier. So. Ja. Ja, ja, jetzt habe ich es. Na, also. Welchen Level haben wir denn jetzt eigentlich schon? Level 13? 144 Levels haben wir, glaube ich. Was ist das Ziel? Oh, das ist leicht. Das ist leicht. Das ist leicht. Das war leicht. Das war leicht. Das war leicht. an. Ah, ah, ok. Ok, oder? Guck ich da hoch? Ich muss den nach oben runter bekommen. Achso, ich hab's, ich hab's. Ich hab's, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's nicht. Doch, warte mal. Ne. Oh, scheiße, das hat einen Fehler gemacht. Ah, nochmal, weißt du? Jetzt an dir. Gefindet, hab ich gefindet. Olli, du Pelze, du. Du Pelze, Olli. Ach, komm schon, Mann. Lass mich mal. Oder vielleicht so. Achso, komm ich nicht durch. Doch, warte mal, wenn ich ein Stückchen... Ah. Achso. Jetzt mal hier. Oh, komm ich da nicht hin. Jetzt haben wir ein Problem. Was ist denn für eine Kugel? Was passiert denn, wenn ich da durchschiebe? Warte mal. Warte mal. Ich musste kurz mal mein Gehirn einschalten. Warte mal, ich muss mal mein Gehirn einschalten. Die Musik vor allen Dingen. Also, das war richtig. Da müsstest du eigentlich hochkommen. Guck mal, der kommt schon ins Grübeln. Ne, ich komm da eben nicht hoch. 4mm. Warte mal, von hier springt vielleicht. Wahrscheinlich komm ich nicht so weit, oder? Ey, war aber knapp. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wird anlaufen. Warte mal, warte mal, warte mal. So, jetzt. Ahahaha. So. na also läuft doch ja 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 gestört gestört so aber die nur zwei vielleicht wird man schon nicht. Das war leicht. Okay. Ach. Der hätte den Stein benutzen können, oder? Scheiße. Kollegah ist zu früh gestorben. Nochmal. Oh, wie kann ich denn jetzt ein Reset machen? So. Wechseln. Oh, scheiße. Ach, andersrum schmeißen. Äh. Andersrum machen. Äh. 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 jetzt ich den anderen muss ich in dem Moment runterspringen wenn ich das ist jetzt schwierig also das ist jetzt schwierig ich muss den ersten töten der zweite ich muss sofort hinterher springen in den Tod das wird jetzt schwierig nochmal oder hilft mir das jetzt hier was nein nochmal das ist jetzt schwierig ich muss gleichzeitig wieder zurückspringen das ist jetzt schwierig oh oh nein oh nee wie denn was warum okay what jump here ah warte mal ich kann das verschieben ach so nochmal ne sag mal doch gleich das ist jetzt so leicht das ist so leicht welchen level haben wir 19 noch ein level machen warte mal warte mal jetzt er braucht nur rüber springen oder an der steine wasser legen oder was steine wasser liegen oder was steine wasser liegen oder was Okay, dann haben wir hier erstmal auf. Hier ist ja gar nichts mehr. Wie soll ich mich denn hier töten? Hier ist ja gar nichts. Wo war den? Zeig mal. Wie soll man denn hier sterben? Hier ist ja gar nichts weiter. Da oben kommt man doch nirgendswohin, oder? Da oben ist ein Stein. Hier ist ja gar nichts weiter. Wo war denn da? Da oben kommt man doch nirgendswohin, oder? Da oben ist ein Stein. Nochmal. Einmal. Muss doch schnell genug da sein. Muss doch schnell genug da sein. Den müssen wir jetzt noch machen, weil der sah so komisch aus. Okay, hier geht's wieder vielleicht. Dann können wir auch ein bisschen mit Schmackes rüberschieben. Und dann wieder drunter stellen. Ach nee, da kann ich mir nur einmal drunter stellen. Ich habe aber zwei Leute. Das wird immer schwieriger, man. So, nächstes Mal weiter grübeln. Hören wir an der Stelle erstmal auf. Bitte prägen Sie sich dieses Ambiente ein. Und überlegen Sie mal. Wie könnte man jetzt hier sterben? Denn hier geht es ums Sterben. Okay, haben wir ja mal ein bisschen gespielt. Dann gehen wir erstmal raus. Merkt er sich schon alle Dinger? Kann ich das abspeichern? Wie funktioniert das hier? Wann mal. Ich war auf jeden Fall bis Level 21. Vielleicht muss man jedes Mal dann skippen bis zu dem Level oder so. Einfach raus, oder? Hat er sich meine Level gemerkt? Kontinuieren. Okay, hier. Ich spiel das jetzt auch schon. Äh, Alex spielt das auch. Nein, Alex, du cheatest ja, Mann. Hör mal auf zu cheaten. Alex spielt das jetzt auch. Guck mal, ich habe Alex begeistert. Ich habe Alex für ein Spiel begeistert. Hey, Applaus mal bitte für alle. Ich habe Alex für ein Spiel begeistert. Sonst sagt Alex immer, nö, ach nö. Das spiele ich nicht und das spiele ich nicht. Ach nö, Cosi. Ich habe es geschafft, Alex für ein Spiel zu begeistern. Applaus bitte. Applaus bitte. Bitte Applaus, ich habe es geschafft. Zandea für ein Spiel zu begeistern. Der ist schwierig, ja. Zandea ist ein schwieriger Zuschauer. Wenn ich den schaffe, ein Spiel zu begeistern, dann schaffe ich alles. Dann schaffe ich es aus der Gasex richtig im Lotto. Dann kriege ich alles hin. Jetzt kann ich die Welt beherrschen. Guck mal. Guck mal, Schneckles spielt vielleicht mit mir. Poolbillard. Ja, ich kriege euch alle. Ich kriege euch alle, Mann. Ich kriege euch alle. Klar, mal sehen. Klar, Mann. So, dann gehen wir erst mal raus. Warte mal. Mit dem Zeichentrickmodus sieht es schön aus, oder? Guck mal, so ist es ohne. Ohne Zeichentrickmodus. So ist es mit Zeichentrickmodus. Das dürfte Yami gefallen. Yami zeichnet ja auch. Ich denke mal, Yami findet den Zeichentrickmodus auch schön. So, gehen wir mal raus. Dann müssen wir auf Quit. Zack. So, gehen wir mal wieder raus. Dann würde ich sagen, für die YouTube-Leute erst mal vielen Dank. Ja. Fürs Sterben. Für die Sterbehilfe. Und ja, haben wir erst mal. Sterben muss ja auch gelernt sein. Ja. Das ist gar nicht so einfach zu sterben. Habt ihr ja gesehen. Ja. Sterben muss gelernt sein. Auch das lernen wir hier bei Hypnose Vault. Wir lernen ja alles. Ja. Zu leben. Zu sterben. Sexuell auch alles. Wir lernen ja alles. Hier wird alles gelernt bei Hypnose Vault. Ja. Ist ja ein Bildungskanal. Von daher. So, ich schalte aber erstmal die Aufnahmen ab. Und weiterhin schönes Wochenende gewünscht. Ja. Ja. Ja.